Das britische Verteidigungsministerium hat Barsystems eine Auftragsverlängerung im Wert von 656 Millionen GBP, 742 Millionen Euro, gewährt, um die konzeptionelle Entwicklung und die technologische Umsetzung des Tempestkampfflugzeugs der nächsten Generation voranzutreiben, wie Bars am 14. April mitgeteilt hat. Die neue Finanzierung wird auf den bahnbrechenden wissenschaftlichen, forschungs- und ingenieurtechnischen Arbeiten aufbauen, die von den britischen Tempestpartnern Barsystems, Leonardo Unität Kingdom, MBDA Unität Kingdom und Rolls Royce bereits im Rahmen der ersten Vertragsphase geleistet wurden, erklärte Barsystems in einer Pressemitteilung. Der ursprüngliche Vertrag im Wert von rund 250 Millionen GBP wurde im Juli 2021 bekannt gegeben und markierte offiziell den Beginn der Konzept- und Bewertungsphase des damaligen britischen Programms Futuro Combat R-System, FCAS, nicht zu verwechseln mit dem deutsch-französisch-spanischen FCAS-Programm. Das FCAS-Programm unter britischer Führung, an dem sich Italien als Partner beteiligte, wurde jedoch im Dezember 2022 mit Japans FX-Programm zur Entwicklung eines Kampfflugzeugs der sechsten Generation zum trilateralen Global Combat R-Programme, GCAP, zusammengelegt. Im Rahmen dieses jüngsten Vertrags werden die britischen Tempestpartner in enger Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium die Reife von mehr als 60 Spitzentechnologiedemonstrationen, digitalen Konzepten und neuen Technologien vorantreiben, so bar. Diese seien für die souveräne Verteidigungsfähigkeit des Vereinigten Königreichs von entscheidender Bedeutung und würden dazu beitragen, in Zusammenarbeit mit den GCAP-Partnern in Japan und Italien die endgültigen Anforderungen an die Kampfflugzeugplattform festzulegen. Das britische Verteidigungsministerium strebt weiterhin an, dass Tempest bis 2035 bei der Royal Air Force in Dienst gestellt wird. Die GCAP-Dempest-Plattform ist als innovatives Überschalltankappenkampfflugzeug konzipiert, das mit Spitzentechnologien ausgestattet ist, darunter modernste Erkennungs- und Schutzfunktionen. Damit wird das Flugzeug zu einem der modernsten, interoperabelsten, anpassungsfähigsten und am besten vernetzten Kampfflugzeuge der Welt und liefert kampferprobte Waffen der nächsten Generation zum Schutz Großbritanniens und seiner Verbündeten, so bar. Die nächste Tranche der Finanzierung für das künftige Kampfflugzeug wird dazu beitragen, die kombinierten Technologien und das Fachwissen, das wir mit unseren internationalen Partnern, sowohl in Europa, als auch im Pazifik, haben, zu bündeln, um diesen weltweit führenden Kampfflugzeug bis 2035 auszuliefern, und unseren Himmel für die nächsten Jahrzehnte zu schützen, wird der britische Verteidigungsminister Ben Balace in der Barpressemitteilung zitiert. Richard Berton, Direktor für den Bereich. Futuro Combat R. Im britischen Verteidigungsministerium wurde mit den Worten zitiert. Heute gibt das britische Verteidigungsministerium wie geplant die nächste Tranche der Finanzierung für die zukünftige Luftstreitkraft frei. Dies zeigt, dass das Vereinigte Königreich entschlossen ist, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um bis 2035 ein Kampfflugzeug der nächsten Generation zu entwickeln. Wir sehen uns einer wachsenden Bedrohung durch unsere Gegner ausgesetzt, die selbst in Kampfflugzeuge und Luftverteidigungssysteme investieren. Durch die Investition in GCAP werden wir diesen zunehmenden und sich ausbreitenden Bedrohungen einen Schritt voraus sein und eine äußerst glaubwürdige Abschreibung.